Hallo, herzlich willkommen hier zum zweiten Teil Reaction, zum Interview von Dr. Julian Horst und Peter Schiff. Und ja, was ich auch sehr gut interessant finde, das ist ja auch das Statement, was ich in den letzten Videos auch immer wieder mal, schon in den letzten Monaten eigentlich immer wieder auch forciert habe. Und auch der Grund, warum ich damals vor zwei Jahren meinen Kanal, hier schon meinen sehr langjährigen Kanal seit 2010, habe noch nicht besonders viele Follower, weil ich nicht besonders irgendwie viel was draus gemacht habe, leider. Aber gut, long story short, ja, meine Statements, dass Geld verdienen sehr viel wichtiger ist, wie Geld investieren. Auch gestern kam wieder ein Video raus von meinem, ja, verehrten Homo economicus, sorry, aus Georgien, dass letztendlich man über Sparpläne Aktien kaufen und das alles ja nicht reich wird. Und ganz ehrlich gesagt, die meisten Neuanleger, die jetzt auch dazugekommen sind bezüglich Aktien und so weiter, das sind ja alles Angestellte. Weil ein Vollblutunternehmer würde niemals sein Geld, sagen wir mal, in Aktien stecken oder so, nur nebenbei so ein bisschen, ja, also, weil er natürlich in sein eigenes Business reinvestiert die ganze Zeit, weil dort die höchsten Renditen sind, ja. Und er auch so keine Investoren überzeugen könnte, ja, ihm Geld zum Beispiel zu geben, wenn er sein eigenes Geld gar nicht in seine eigene Firma investiert, ja. Also, er hat quasi eine höhere Rendite in Aktien erwartet als in seiner eigenen Firma. Deswegen ist letztendlich dieses ganze Aktienthema für, ja, den Großteil der Bevölkerung, nämlich die Angestellten, ja, ein richtiges Hype-Thema für die Selbstständigen und für die Unternehmer nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt interessant im Grunde. Also, das ist ja auch was, was viele gar nicht auf dem Radar haben, ja, weil es gibt da viele Faktoren, ja. Das eine ist, ich glaube ja nicht mal an meine eigene irgendwie Firma, ja. Dann das zweite ist, ich habe ja als Selbstständiger letztendlich auch völlig, ja, in der Regel teilweise wirklich ganz andere Risiken und Schwankungen in meiner Einkunftshöhe und Unregelmäßigkeiten, ja. Das heißt, ich kann diverse Sparpläne ja gar nicht wirklich theoretisch umsetzen, wenn ich gar nicht weiß, wann ich die nächste Zahlung bekomme, ja. Manche Kunden brauchen drei Monate, manche Kunden zahlen schneller und so weiter, ja. Und da muss ich, dann weiß ich manchmal gar nicht, wie viel muss ich jetzt wieder reinvestieren, ja, das ändert auch sich wieder vielleicht jedes Monat. Mein Marketingbudget wird monatlich angepasst, ja. Also, das heißt, ich habe als Unternehmer und Selbstständiger ganz andere Herausforderungen, ja. Also nochmal ganz kurz ausgeholt zu diesem Thema und jetzt zum Thema Bitcoin und so weiter. Das betrifft natürlich auch dieses ganze Thema Gold, Bitcoin, ja. Denn als Unternehmer und Selbstständiger, wenn ich jetzt in Gold investiere, kann ich auch nur ganz kleine Mengen machen, denn das ist ja total, das ist ja sozusagen die illiquideste Form des Investments, das es überhaupt gibt. Ja, also abgesehen von Immobilien, aber Immobilien würde ich ja dann wahrscheinlich vermieten, ja. Und da will ich dann Liquidität erzeugen. Aber bei Edelmetallen ist ja null Liquidität und auch null liquide Rendite. Und, ja, also ich ziehe quasi komplett Liquidität aus dem System raus, sobald ich auch nur ein Gramm irgendwas in Edelmetalle investiere. Und deswegen, das sagt er nämlich dann auch später, auch dieser Peter Schiff, er hat auch nur kleinere Teile in Gold und Silber und so weiter, ne. Und auch den größten Teil eben auch in Unternehmensbeteiligungen, sei es sein eigenes oder was auch immer, Aktien oder was für sich für Beteiligungen. Aber, unterm Strich ist es immer die gleiche Story, ja. Und diese Diskussion ist natürlich sehr heiß und da kriegt man natürlich auch viele Klicks und so weiter, ja. So Gold und Bitcoin sind natürlich alles Buzzwords, teilweise gibt es Communities, also das sagen sie ja auch sozusagen so ähnlich Hare Krishna mäßig, also so Sekten mäßig, die halt Bitcoin irgendwie heilig gesprochen haben. Und da gibt es eben diejenigen, die irgendwie Gold und Silber heilig gesprochen haben. Und ich finde beides ist irgendwie totale Kacke, ja, denn ich bin komplett nicht, komplett nicht religiös, ja. Und das sagt er auch, da habe ich auch, glaube ich, ein bisschen was mit dem Dr. Julian Horst gemeinsam, ein bisschen was zumindest. Und, aber schaut mal in dieses Video rein, wir wollen mal ganz kurz nochmal reinschauen. Also, see, the way I think the world is going to transition in a post-U.S. dollar reserve currency world where I think we're back on sound money, which is great for the world to be off the fiat standard and, you know, back on a gold standard if we go back to that, which seems to me to be inevitable, which, you know. But when you have all these other countries that have a lot more economic freedom and to me political freedom is not, is overrated, right? People think, oh, democracy is great. Look, democracy can be every bit as oppressive and tyrannical, you know, as a dictator or king, right? Ja, gut, jetzt wird es sehr politisch. Wie so häufig, auch das zieht sich wie ein roter Faden durch, ja, dass sozusagen diese Gold und Silber überzeugten Gurus und so weiter immer auch sehr politisch sind, ja. Und ich stimme dem hier aber zu 100% zu, dass er sagt, ja, dass dieses ganze Demokratiegeplänkel total overrated ist, ja. Man sieht doch einfach nur mal hier in Deutschland, wenn du dreimal oder viermal irgendwie was postest, was halt letztendlich der Regierung oder unserem System oder was auch immer gar nicht in den Kram passt, wird dann einfach mal dein YouTube-Kanal abgemahnt oder auch halt auch dann einfach auch geschlossen, ja. Ja, sie kennen Jebsen und so weiter, ne, den kennen ja auch viele und der hat irgendwie, was hat der, einen Aufwand betrieben, seinen Kanal, seinen Alternativ-Nachrichten-Kanal aufzubauen und dann irgendwie so bei einer halben Million Follower haben sie ihn einfach dann gekillt von heute auf morgen, seinen Kanal. Und ich weiß gar nicht warum, weshalb, die ganzen Details, ja, da habe ich auch keine Zeit dafür. Aber diese Aussage, ja, dass natürlich grundsätzlich ich eine Demokratie, auch innerhalb einer sogenannten Demokratie, was auch immer diese Begriffe alles, letztendlich sind wir alles Menschen und wir haben halt sozusagen unsere, es gibt gewisse Grundgesetze und biologische Art, ja, an die ich glaube und die gelten so lange, seit es den Menschen oder die Biologie gibt, ja, und die wird auch weiterhin fortbestehen. Das heißt, ja, eine ganze Vielzahl von Dingen halt, ja, und das sagt er ja auch, na, ich kann in der Demokratie jederzeit irgendwie was manipulieren und zensieren und Leute in eine gewisse Richtung bewegen und letztendlich ist Marketing und selten nichts anderes, ja, als wie nur das und nichts anderes, ja. Und das, was halt sozusagen dort unter dem Namen Demokratie läuft, läuft vielleicht in anderen Ländern halt unter einer anderen, unter einer anderen Definition, was letztendlich dabei rauskommt, ist immer das Gleiche. Und er sagt halt auch zum Beispiel, dass er denkt, ja, Post-Dollar, also das sind nicht alles wieder dahin zurückkehren muss, zwangsläufig, da hat er wieder mit Markus Dr. Greifers gemeinsam, dass er sagt, okay, ja, irgendwann muss das Ganze wieder auf Dollar und Silber oder irgendwie so basieren, ja, unser Currency, der Gipf wird kein anderer Weg dran vorbei. Dr. Julian Horst würde wahrscheinlich dann sagen, naja, das Bitcoin hätte die Funktion eines alternativen Wertspeichers, sprich, des digitalen Goldes und Peter Schiff widerspricht ihm halt vehement, dass es überhaupt gar nicht vergleichbar wäre, weil einfach Bitcoin de facto keine Applikation hat, also keine Anwendungsfall, ja, kein Use Case sozusagen auf Englisch, Anwendungsfall auf Deutsch, weiß nicht, ob ich das richtig übersetzt habe. Du kannst Bitcoin nicht hernehmen und sagen, ich verwende das für hier und dort und so weiter. Ich gebe mit Bitcoin viel zu wenig aus, habe auch keinen Bock drauf, mich hier zu expertieren und so weiter. Aber ich sehe halt nur, dass man gut diversifiziert, also unterm Strich, ja, kannst du hier stundenlang interviewen und diskutieren, unterm Strich kommt es doch wieder aufs selbe hinaus, einfach zu sagen, Leute, wenn du schon viel Geld hast, bist du besser dran, als wenn du weniger Geld hast. Also schau mal, dass du mehr Geld verdienst. Und wenn du dann mehr Geld verdient hast, hast du auch mehr Geld. Und wenn du mehr Geld hast, kannst du auch besser diversifizieren. Und dann bist du unterm Strich immer besser dran, als wie jemand, der nicht diversifiziert, nicht viel Geld hat. Ja, und man könnte eigentlich sozusagen ein 2-Minuten-Video drehen, wo man das alles sagt. Und damit wäre dann auch alles gesagt. Aber damit könnte man natürlich keine YouTube-Kanäle füllen mit vielen 100.000 Followern. Aber unterm Strich ist es das und nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen tue ich mir auch immer so schwer, hier irgendwie zu diesen ganzen Finanzthemen wirklich plausiblen Content zu produzieren. Weil letztendlich ist es nur das. Und der ganze Fokus liegt im Geldverdienen. Und dass du schaust, dass du Möglichkeiten findest, wie du mehr Geld verdienst. Ja, und nicht dieses ganze Investieren, wo die ganze Masse ständig hinschaut. Und das ist halt häufig auch nicht der Punkt, wo du hinschauen solltest, wo die Masse hinschaut. Ja, das ist halt einfach so, wie es ist. Meine Meinung dazu. Und wenn dich das interessiert hat, meine ganzen Meinungen und Videos, die ich da so aufgabe, und Kanäle, die ich so aufgabe, dann abonniere einfach meinen Kanal. Dann weiß ich, oder gebt mir ein Video ein Like oder was. Dann weiß ich, okay, ihr wollt solche prägnanten Videos, dass ich die für euch finde, kurz kommentiere. Ihr könnt es dann nochmal selber anschauen, nochmal selber kommentieren, whatever. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Schau mal wieder rein. Jetzt heißt dein Thomas Klein mit der Mission Millionaire. Bis dann, tschüss.